Jetzt bringen wir Sie nach Orlando, Florida, wo der Führer weiterhin seinen Urlaub zu lieben. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Jetzt suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Du bist in Untermie verloren. Sie lohnt sich, Verrat! Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Koppelstein, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Ich will, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn! Sie müssen Kräften, mein Führer. Du musst die 9. Armee verloren. Warum sagen Sie es ihm denn nicht? Jogel. Jogel. Fegelein! 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 Und nun zu unserem regulären Programmierung zurück.